Das ist jetzt hier das Hinterhaus der Bermannstraße 22 und wir sehen hier ein bewohntes Haus, das nicht mehr saniert worden ist, weil die Hausverwaltung davon ausgeht, dass dieses Haus der Autobahn, die hier durchgebaut werden soll, zum Opfer fallen soll. Das Haus ist bewohnt, zum Großteil bewohnt und wir wohnen hier sehr gerne und sehr gut und wir haben hier eine ganz nette Hausgemeinschaft und wir haben auch einen wunderbaren Blick hier auf diese Kleingartenanlage, die also auch dieser Autobahn zum Opfer fallen soll und es wäre sehr schade darum, weil hier doch sehr viele Menschen Ruhe und Frieden finden und diese Leute werden also praktisch immer weiter verdrängt in die Außenbereiche von Berlin. Und das muss alles nicht sein. Diese Notwendigkeit dieser Autobahn ist in der heutigen Welt, wo es eigentlich um Schadstoffbegrenzung geht und um dem Klimawandel eigentlich Einhalt zu gebieten geht, ist von dieser Seite eigentlich diese Autobahn her nicht mehr angezeigt. Ist nicht mehr notwendig. Man kann ja gar nicht davon absehen, dass in der Zukunft so Massenindividualverkehr eigentlich so wie er heute da stattfindet noch stattfinden wird. Also ich meine ja aufgrund dadurch, dass das Öl knapp ist, dass Öl teuer wird, wer soll denn hier, wer soll denn hier bitte schon auf der Autobahn fahren unter solchen Umständen.